So, wie eh hübsch. Heute wieder, oder heute zum ersten Mal auf YouTube, wieder in meiner Facebook-Gruppe Kochen mit Alf. Was machen wir? Keine Ahnung, wie ich das nennen soll, aber machen wir mal im Pfarrnhaus. Ja, was ist jetzt? Oder Mantra, Medizin-Mantra spielt der nächste Wintergrund. Tofu, Tahu, Tarotten, das ist irgend so, keine Ahnung, Mangold oder irgendwas. Schüfe, Knoblauch, Steinpilze, Tarotten, Chili, Minze, Basilikum, Zitronegras, ganz fein geschnitten. Da hab ich mir selber so Gewürze zusammen gemixt mit meiner Kaffeemühle. Da ist Zwiebel, da ist so eine ganz scharfe Chilisauce. Ja, da sind übrigens 13 Chili fein geschnitten. Ich schmeck das scharfe nicht mehr. Kokusöl, das Beste, was es gibt. Ganz heiß. Das Kokusöl hält sich eh aus. Immer heiß. Man braucht nie in die kalte Pfanne. Induktionsfeld ist super. Noch ein bisschen leiser. Muss ich nicht so schreien. Bluetooth habe ich aber drauf. Ja, sonst muss ich über meine Uhr reden, über Smartwatch. Wenn die mit Bluetooth verbunden ist, ist das gleichzeitig Mikrofon und Lautsprecher. Übrigens, Klangschalen. Ich habe jetzt auch zwei sogar. sehr heilend. Medizin-Buddha-Mantra auch heilend. Ich bin ja ein Heiler. Ich bin Lichtarbeiter, Heiler, Koch. Als erstes war ich zwölf Loflauch. Immer nach der Reihe, wo es am längsten dauert, am Anfang. Die Lüfe-Glose dauert nicht lang. Am längsten. Aber es gibt das Aroma. Die Röst-Aromen. Das sind wichtig. Eigentlich. Das Kochgefühl lieber mit Handschuhe. Das Beste, was es gibt überhaupt, wenn man mit Stinger die Sachen arbeitet, wie Knoblauch, mit Fisch, mit dem Handfisch. Aber wenn man keine Handschuhe mag, einfach mit Kaffeesud, mit einem abgekochten Kaffeesud, die Hände einreiben und der Geruch ist noch nicht. Ohne geht auch. Ohne Säure. Nimm da ein Geruch. Ich bin eh hübsch. Alles immer nur Spargel. Was hält der Flächer, glaube ich. Ich trainiere übrigens nicht. Jetzt kriege ich schon ein Wampen. Das ist ein grüner Reis. Das wird nicht heißen. Das wird immer irgendwie Cipetto. Gestern habe ich übrigens wieder Gutes getan. Ich habe meiner Putzfrau in Fuß geheilt mit einer Skorpion. Giftsalbe und Handauflegen. Hat sich irgendwie verknasht, verstaucht. Keine Ahnung. Das Lustige war, sie hat gerade Videotelefoniert mit ihrer Schwester oder so, oder ihre Tante. Keine Ahnung. Und ich habe ja gerade in Fuß einmassiert. Der Verlang, der Tschusch, massiert der Putzfrau in Fuß. Der Ausländer. So was erlebt man in Thailand. Aber für mich sind alle Menschen geil. Es ist egal, ob die eine Putzfrau ist oder die Karotten da einem längsten. Eine Putzfrau oder ein Bankdirektor oder ein Doktor oder ein Priester oder ein Mensch. Natürlich ist Opa vom König Respekt in Thailand. Er steht an oberster Stelle, ist aber auch nur ein Mensch. So soll ich irgendwen höher stehen oder niedriger stehen, wenn ich selber auch nur ein Mensch bin. Die sind alle nackert aufs Welt gekommen. Wir sterben alle. Dann verweht sowieso der Großteilfund. Ich vielleicht nicht. Ich werde mich manifestieren und homifizieren einmal. Wenn ich mir nicht mit dem, der ich sie das war in der Welt schon von einer. Jetzt kommt die Brüder. Ich war schon einmal mit der Brüder. Flügel, wenn wir leben. Wir haben Kali Yuga. Das ist mir nicht heiß genug, da wird es toll, 2,2. Hab ich gewusst, 2,2, 3,4, Hotpot. Jetzt erst gebe ich mir einen Zucker dazu, ich bin gerade auf Ayahuasca-Diät. Ich habe in sieben Tagen meine Ayahuasca-Zeremonie. Keinen Zucker, keine Milch. Trinke ich sowieso nicht, weil ich keine Kur bin. Hed, Pilze, Hed, Thai. Hed, Hed. Auch Thai, Berlin-Thai, thailändisch. Ich trinke sowieso nicht Milch, ich nehme immer Kokosmilch. Das Video dauert heute länger. Und was darf ich noch nicht, was will ich noch nicht. Also ich bin vegan unterwegs, es wird ein veganes Gericht. Kein Zucker, kein Salz, genau, kein Salz. Ich nehme sowieso seit 2 Monaten würze ich nichts mit Salz. So ist die Sojasauce da. Wenn man mal 2 Monate kein Salz genommen hat, dann schmeckt man auch wieder die Lebensmittel so wie es schmecken und nicht. Alles so künstlich und mit Geschmacksaromen und Geschmacksverstärker. Es mag gut schmecken im Kinarestaurant oder bei euch einem Thailänder, der ja eh kein Thailänder ist, daheim. Hör, Marion Rode. Der ja dein Thai-Gericht. Eine indonesische Hühnersaarte. Du musst als Thai-Gericht verkaufen. Toller Jagd. Die Leute, das ist ja egal. Ich werde es einmal probieren. Ich lege es jedem ans Herz. Lass das Salz weg, lass das Fleisch weg. Trinkt keine Milch mehr. Die armen Kühe werden nur gequält und gepoltert. Esst keine Eier mehr, die armen Händel. Wozu? Früher hat man sich von Rokos geriert. Das waren die gesündersten Menschen. Die Lebenserwartung war jetzt früher nicht so hoch, aber das wissen wir ja gar nicht, weil wir nicht dabei waren. Kein Salz, kein Zucker, kein Milch. Die letzten drei Tage keinen Kaffee, keinen Sex. Sehr wichtig. Die letzten drei Tage keine schlechten Nachrichten konsumieren, sich von Leuten fernhalten. Die negative Energien zerbreiten. Ich werde mich auch die letzten drei Tage von meiner Freundin verabschieden. Die soll ruhig daheim bleiben. Es ist mir egal, ob sie es zerstört oder nicht. Ich habe über 500 Euro gezahlt. Für die Ajois-Flaquus. Und das hat immer nicht zerstört oder irgendwas. Weil meine Freundin ist 22 und die kann schon gewaltig sein. Aber ich auch. Ich bin auch so ein eifersüchtiger Abbruch. Mittlerweile habe ich zwei Schumann-Generatoren. Die generieren die Schuhbahnfrequenz. Vielleicht kennen sie ein paar von euch aus. Das ist wissenschaftlich, die Wien ist der Schuhfrequenz unserer Erde. Also der Herzschlag der Erde. 7,3 Grad. Jetzt gebe ich die Schuhbahngeneratoren ab. Da stelle ich auch mein Wasser drauf. Oder ein krasses Wasser. Und dann vielleicht noch wieder drüben. Eigentlich erst seit gestern. Aber seit gestern bin ich urruhig und gelassen. Und kann besser denken. Ich bin da jetzt vor Sonnenstürmen. Also in der Ruhephase der Schuhbahn-Pelemenz. Der Schuhbahn-Resonanz. Wenn ich immer auf Hunder durch Kokain oder wie auch keine Ahnung. Auf Speed-Exercise. Ich habe alles gesagt. Ich zucke ja manchmal aus. Und bin auch gut da drüben gekocht. Eifersüchtig und durcheinander. Da ist alles drin. Zitronengras. Zitronenblätter. Curryblätter. Basilikumminze. Ich habe mich jetzt angeheckt in meiner Kaffeemühle. Ich habe noch besserer Kaffee reingeschraubt. Für aus Kino. Ich bin jetzt hier in der Tat. Geht doch los. Da kann man alles machen, natürlich. Ja, die beste Qualität aus China. So, die Thais, die günstens nicht so lang wie ich. Bei den Thais ist alles knackig und alles nur kurz abbraten. Ist ja gut so, ist ja nur gewöhnungsbedürftig. Al dente, würden wir sagen. Und aus der Novell Cousine. Alkobüs. 70er oder 80er war der. Soja, ja, mein Tohu. Da, Tauhu. Tauhu. Oh! Da haben wir einen Besuch. Und wieder auf. Da oben. Da oben. Da oben. Kurz auch. Braten. Ich könnte das Ganze auch als Wach verwenden, wenn man mehr Fett nimmt. Dann gibt es da den Schöpfer. Also da schwimmt alles in Fett. Mag ich aber nicht, weil ich will nicht so geblatt werden und volle Wachküche nicht dick gemacht. Das ist ja auch komplett die Orge, die... Eigentlich hat es geheißen, sie bleibt daheim. Und dann aus der Reste gebe ich ja auch. Chilli. Komm mal geht, heute zuhäen. Das war ein Wurst-Siebeln. Gehen wir aber so. Ehrlich. Ehrlich, ehrlich. Alles Zucker, nehme ich Palmen und Kokoszucker, also Kokos, Palmen und Zucker. Ich nehme kein Salz, ich tue ihn nachher, ganz zum Schluss, wenn ich es im Döller serviere, ein bisschen Soße, das ist nicht vegan, das ist eine Austernsoße. Sojasauce und so ein Wageverschnitt. Die schmeckt so herrlich, die stört. Der Reis ist nur wieder ein bisschen an Essig angemischt, wie Sushi-Reis. Sushi-Reis kommt noch Zucker dazu. Also hätte man nie gedacht, dass man vegan einmal schmeckt. Aber es schmeckt willig, sehr billig. Das ist genug. Ja. Was ist der Name in Thai? Gottkabe. 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 Jetzt können wir da ganz kurz noch ... Also merkt, hier ist ja der absolute Hammer. Kratai? Kratai? Mu? Tau Tau? Mu Na, dieser Hund? Ma Ma Hund, Ma Tau, Mu U Wu Eh, da Kratkart 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 Die Kratkart Toen Ich muss zuerst sagen, es wird nicht heiß, nur Chili, Fried, Fried und Reis zum Schluss. Eigentlich braucht man da gar kein Fett. So, Antti, oft, ich weiß nicht, wie man das sagt. Sieht gut. So, dann schrug ich da alles zusammen. An dem ist ich dann zwei, drei Tage. Ich schrug die Chili-Soße wieder dazu. Zucker, wenn man Handschuh hat. So, dann, wie man das ausschneidet. Das ist so sehr schön. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. 13 g ist. Der Mark Wendt sagt immer, when it's not spicy I will not eat it. Der Scharf ist wie es auch nicht ist. Wow. Gessere Gefahren brauchen wir. Und zum Trinken haben wir auch was hergericht. Mango. Mango Kokos. Kokosmilch. Mango frische. Mit einem grünen Mango. Orisaku innen. Ranteng. Eiswürfel. Und Wasser geben wir den drauf. Kokosmilch. Der Bibi. Der Bibi. Zivak. Der Bibi. Der Bibi. Der Bibi. Hochschul. Was ist denn so aus? Ich lege ihn raus. Soja-Sauce, Zucker nehmen wir, haben wir jetzt lang genug, aber auch noch mal, Kokosball, Zucker, Soja-Sauce, das war, keine Ahnung, das ist Baggi, das ist Baggi, und Master-Sauce. Ehrlich? Ist das ehrlich? Wo ist denn jetzt mal wieder? Boah. 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 Kann jeder nachkochen für euch. Boah. 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 In diesem Sinne. Boah, ich glaube, alles Gute für uns alle. Boah. Boah.